Lukas ist drin, wird trillt, Ulle, jetzt rommeln, ja perfekt, kommt, super, vollständig an sie. Okay, gut, also dann fangt ihr an, viel Spaß. Okay, auf geht's, Peter fängt an, und klar. Okay, wir starten aber zusammen, ja, rechtes Bein geht rüber, wir gehen auf 4, 3, 2, 1. Noch dreimal, 3, 2, 1. Okay, und jetzt noch richtig Tempo, richtig Tempo. Go. Schnell. Pause. 5, 4, 3, 2, 1, und runter. Okay, jetzt auf geht's, wir starten, 2 Minuten, erstmal ganz locker einfahren. Wegen auf Stufe 16, fertig. Und komm, auf geht's. 20 Sekunden, wenn sie sich Tempo machen, nicht 20 Sekunden Gas geben. Komm, 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 fast 400 Watt. Okay, Rund Nummer 3, auf geht's, wieder hochfahren. Und komm, 20 Sekunden Tempo. Okay, wir haben noch 45 Sekunden Zeit. Okay, wir haben noch 45 Sekunden Zeit. Ja, richtig reingehen. Komm, komm, komm. Pro Umdrehungszahl, Tempo machen, Speed. Sehr gut, Jungs. Viel Spaß, Jungs. Mach's gut, ciao, danke, ciao. 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 Hello? Yes, you. Where are you going? The Bundesliga on YouTube. So screwed now. We are football as it's meant to be.